Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus dem ORF-Wahl-Sieber. Heute heißt die Konfrontation Rot gegen Pink oder auch mehr Staat gegen weniger Staat. Ich begrüße NEOS-Chef und Spitzenkandidaten Matthias Strolz und den Bundeskanzler und Spitzenkandidaten der SPÖ Christian Kern. Zu Gast im Studio sind heute Erstwählerinnen, Schülerinnen und Schüler aus Gymnasien in Niederösterreich, BG, BRG Stockerau und dem BG, BRG Burgersdorf. Ein herzliches Willkommen Ihnen gemeinsam, natürlich auch den Lehrerinnen und Lehrern. Kurz zu den Regeln. Die Sitzordnung ist zuvor gelost worden und die Redezeit wird mitgestoppt. Herr Strolz, eines Ihrer Bücher heißt, warum wir Politiker nicht trauen. Und in der ORF-Sendung Nationalraten wurden Sie dann gefragt, ob man den Ihnen trauen könne. Und Sie haben gemeint, ja, ich denke schon. Sie sind bekannt für klare, präzise Antworten. Vertrauen Sie Ihrem Gegenüber, Christian Kern? In vielen Dingen ja. In einigen Fragen habe ich gröbere Fragezeichen. Das werden wir heute besprechen müssen. Herr Kern, vertrauen Sie dem Politiker Matthias Strolz? Ja, Vertrauen zweifellos. Wir haben in vielen Sachpositionen unterschiedliche Einschätzungen. Aber Vertrauen, dass er es ernsthaft meint mit dem, was er vorhat, das ist auf jeden Fall da. Herr Strolz, Sie wollen die Steuern vereinfachen und in Ihrem Steuerkonzept steht, dass Sie lang gediente Steuern abschaffen wollen. Das sind recht viele, aber machen wir es praktisch, unter anderem auch die Biersteuer. Wer hat was davon? Die Unternehmen, die dann höhere Gewinne haben oder wird das Bier im Supermarkt dann billiger? Naja, natürlich. Also Bier ist ja keine Monopolware. Das heißt, hier gibt es ganz viele Biermarken, die in Konkurrenz zueinander treten. Und wenn hier eine Stau wegfällt, dann wird das an die Konsumenten weitergegeben. Das heißt, hier sinkt der Preis. Sie wollen das gegenfinanzieren, indem Sie auch sagen, es gibt wahnsinnig viele Ausnahmen. Wir zahlen Mehrwertsteuer von 20 Prozent. Viele Ausnahmen, wo man nur 10, 13 Prozent zahlt. Zum Beispiel Müllabfuhr, lebende Tiere, Saatgut, Pflanzen, Futtermittel, Holz, Wein, Abhof. Und das wollen Sie beseitigen, diese Ausnahmen. Hier zahlt man eben viel weniger. Heißt das, dass Sie das auf diese 20 Prozent anheben wollen? Ja, in gewissen Bereichen wollen wir es beseitigen. In anderen, man muss immer genau hinschauen. Zum Beispiel im Tourismus ist es uns wichtig, die Starrerhöhung, die von Kern und Kurz hier zuletzt eingeführt wurde, dass man die zurücknimmt. Weil wir glauben, beim Tourismus sehen wir, wir stehen ja im internationalen Wettbewerb. Und die starrliche Belastung in Deutschland, in der Schweiz, in den Nachbarländern ist wesentlich geringer. Und man muss also die Sektoren immer betrachten. Und die stehen natürlich extrem im internationalen Wettbewerb. Und deswegen würden wir hier natürlich auf 10 Prozent runtergehen wieder. Und bei der Müllabfuhr, um eben zum Beispiel hier sind 10 Prozent, würde das auf 20 Prozent angehoben werden? In anderen Bereichen Angleichung, jawohl. Auf 20 Prozent. Steuern vereinfachen, Herr Kern, warum nicht? Naja, das macht schon Sinn. Aber ich denke, das Wesentliche ist, dass wir ein Konzept verfolgen, wo wir ganz klar sagen, wir müssen die Menschen entlasten, die Arbeiten gehen, die Mittelschicht, die kleineren Einkommen. Das ist uns wichtig. Wir haben ein Konzept vorgestellt, das vier Millionen österreichische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und Pensionisten entlastet. Aber wir haben auch ein zweites dazu gesagt. Wir haben gesagt, wir wollen auch alle Klein- und Mittelbetriebe auch entlasten, indem wir die Lohnnebenkosten reduzieren. Und dieses Entlastungskonzept ist mir wichtig. Ich darf vielleicht nur eine Bemerkung machen zu dem, was der Herr Strolz gesagt hat. Ich möchte jetzt den Herrn Kurz ungern verteidigen. Aber der Herr Kurz und ich haben natürlich nicht diese Steuerreform gemacht, beim letzten Mal auch nicht die Tarife erhöht. Zur Ehrenrettung unserer Vorgänger muss man aber sagen, die haben eine Steuererleichterung von 5 Milliarden Euro gemacht. Und die ist einer der Gründe, warum wir heute sehr erfolgreiches Wirtschaftswachstum haben. Gut, vielleicht können wir uns auch darauf einigen, dass Sie beide übereinander reden und über Nichtanwesende vielleicht nicht. Bitte. Dann wundert es mich aber, Herr Kern, dass wir gestern die gemeinsame Chance genutzt haben. Sie wissen, ich habe nach einem Wochenende Ihnen, dem Herrn Kurz und dem Herrn Strache, Vorschläge geschickt, nämlich zur Beseitigung der kalten Progression, das ist ja ein Anliegen, das wir eigentlich teilen. Sie haben es noch einmal im Jänner in Ihrem Regierungsprogramm drin. Sie haben es noch einmal in Ihrem Wahlprogramm. Auch der Herr Kurz betont an jeder Ecke, er will die kalte Progression weg. Mit dem Herrn Schelling habe ich es besprochen noch im Juli. Er sagt, der NEOS-Vorschlag hier macht Sinn. Und dann konnte ich zumindest den gemeinsamen Antrag erreichen. Vorgestern Nacht waren wir soweit mit der FPÖ. Wir haben den gestern eingebracht ins Parlament. Und wer sagt entgegen der eigenen Ankündigung, nein, wir machen hier nicht mit. Das heißt, Sie lassen die schleichende Steuererhöhung aufrecht. Dieser Griff ins Geldbörserle jedes Jahr tiefer wird. Kalte Progression. So etwas verstehe ich nicht. Also das ist so ein bisschen der Reflex, wenn eine Idee hier von der Opposition kommt, dann werden wir nicht mitmachen. Das haben wir jetzt vier Jahre lang erlebt. Und dafür haben ganz wenig Menschen Verständnis, dass die Hälfte der Abgeordneten im Parlament irgendwie für den Papierkübel arbeiten sollen. Es ist doch so, wenn eine gute Idee kommt. Sie wissen von uns NEOS, wir sind jene Oppositionspartei, die bei den meisten Regierungsvorschlägen mitgestimmt hat. Weil wir eben frei sind von diesen Reflexen. Wir sagen, was wiegt es des Hots, macht es Sinn für die Menschen, für das Land, dann gehen wir mit. Und wenn es aus unserer Sicht keinen Sinn macht, machen wir es nicht mit. Arbeitet die Opposition für den Papierkübel? Nein, das ist keineswegs so. Und hier geht es ja auch nicht um ein formales Problem, sondern hier geht es um eine inhaltliche Fragestellung. Bei der Stolz hat Recht, wir haben tatsächlich auch ein Modell, wie man mit der kalten Progression umgeht. Wir sagen allerdings, wenn die Inflation eine bestimmte Höhe erreicht hat, dann wollen wir, dass wir uns wie in Deutschland, wir haben genau dasselbe Modell wie in Deutschland, uns hinsetzen und überlegen, wie wir hier die Steuerreduktionen vornehmen. Und das ist mir deshalb wichtig, weil das ist ja ein Punkt, der uns unterscheidet im Inhalt. Unser Steuerkonzept sieht vor, dass man ab 1500 Euro bereits die volle Entlastung bekommt. Wenn man sich diesen kalten Progressionsvorschlag anschaut, dann führt der dazu, dass man die volle Entlastung, nämlich 1200 Euro per annus, erst ab 10.000 Euro Einkommen bekommt. Und das ist okay, das kann man so machen, aber das zeigt den unterschiedlichen politischen Zutritt von NEOS und SPÖ, weil unser Ziel ist, insbesondere wirklich die Mittelschichten zu entlasten. Und das hätte der Vorschlag nicht hergegeben. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen eine andere Vorgehensweise mit unserem Modell haben. Erstens gesagt haben Sie gar nichts, ich habe von Ihnen und von Kurz keine Antwort bekommen auf meinen Vorschlag, von Strache schon. Das verwundert mich. Und zweitens, unser Vorschlag ist die Entlastung von allen Einkommenssteuerbezahlern, Lohnsteuerbezahlerinnen, Bezahlern. Weil wir sagen, es ist doch so, Herr Kahn, dass wir in Österreich eine so hohe Steuerabgabenbelastung haben, wie fast an keinem anderen Ort auf diesem Planeten. Also wir sind da im Spitzenfeld weltweit und ich glaube, wir müssen endlich den Menschen mehr Geld in der Geldtasche lassen, damit da noch was da ist, der Monatsende, wenn noch Rechnungen da sind für die kaputte Waschmaschine, Autoreparatur oder ansparen für eigene vier Wände oder sei es für die Pension, da müssen wir auch drüber reden, zum Beispiel, die heute unter 45-Jährigen, die werden im Vergleich zu ihrer Vätergeneration, die Töchter und die Mütter kann man schwer miteinander vergleichen, weil sie eine andere Erwerbskurve haben, die werden zwischen 20 und 35 Prozent weniger Pension bekommen. Und Sie drücken sich da immer weg und mir ist ganz wichtig, dass wir darauf schauen. Zu den Pensionen, wir kommen auf jeden Fall zum Thema Pensionen, Herr Kern, mit neuen Steuern in den Wahlkampf zu gehen, das ist sehr ungewöhnlich, Sie wollen eben die Mehrwertsteuersätze zum Teil anheben, aber Sie haben ja einen ganz großen Brocken vor, nämlich diese Erbschaftssteuer ab einer Million Euro, ab einem Erbe von einer Million Euro. Ist das nicht eigentlich ein Schattenboxen, weil niemand wird das wollen, außer die Grünen, mit denen haben Sie keine rechnerische Mehrheit oder bleibt es wirklich eine Koalitionsbedingung? Nein, es ist aus meiner Sicht ganz eindeutig so, dass wir in diesem Wahlkampf nur versprechen können, was wir auch einhalten können, das ist unser Konzept. Ich bin sehr skeptisch, wenn ich mir Steuerkonzepte von anderen Parteien ansehe, die sagen 12, 15, 19 Milliarden soll die Entlastung sein, weil nur um Ihnen ein Gefühl zu geben, wir geben 15 Milliarden aus, allein für die Krankenhäuser in Österreich. Aber das heißt, die Erbschaftssteuer bleibt eine Koalitionsbedingung, habe ich das richtig verstanden? Darf ich nur den Sinn der ganzen Geschichte sagen? Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir so ehrlich sind und sagen, wenn wir eine Steuererleichterung wollen und wir wollen ähnlich, da sind wir uns einig im Ziel, wieder stolz, auch die Steuer- und Abgabenquote senken, dann müssen wir auch ganz klar sagen, wie wir das finanzieren wollen. Wir wollen keine Einschnitte in das Netz der sozialen Sicherheit, in der Gesundheit, bei den Pensionen zum Beispiel. Wir glauben, dass man noch viel mehr investieren muss in Bildung, in Familienleistungen, Kinderbetreuung, Ganztags und so weiter. Und dann muss man auch den Mut haben, sich in einem Wahlkampf hinzustellen und sagen, wie man das finanziert. Und wir haben gesagt, alle, die mehr als eine Million Euro erben, die sollen einen Beitrag an die Gemeinschaft zahlen, damit wir die anderen, die vier Millionen und die Klein- und Mittelunternehmen entlasten können. Und das trifft, unsere Erbschaftssteuer, zwei Prozent der reichsten Erben. So, ich gehe davon aus, das ist ein grundvernünftiges Konzept. Lassen wir jetzt einmal den Wahlkampf weg. Ich denke, dass wir danach durchaus Bündnispartner für die Umsetzung finden. Ja, also zu unserem Steuerkonzept, das Sie hier ansprechen, ich gebe es Ihnen gerne mit. Ja, wir haben hier Vorschläge durchgerechnet mit externen Experten auch, wo wir sagen, wir können in einer Reformetappe von insgesamt acht Jahren, am Schluss dann pro Jahr, 19 Milliarden herausnehmen, die Verschwendung sind an verschiedenen Orten. Es ist kein Kallschlag, keine Einbuße irgendwo bei den Menschen, sondern wir können hier in vielen Bereichen einfach die Dinge anders machen. Ein Beispiel bei den Förderungen. Jetzt gibt es ganz viele großartige Förderungen in Österreich. Aber bleibe ich noch kurz, Herr Stolz, vor dem Fall, zur Erbschaftssteuer. 19, 28 EU-Staaten haben Erbschafts- und Vermögensteuer und Ihr Mentor, Hans-Peter Haselsteiner, wenn man ihn fragt danach, dann sagt er, ein Comeback der Erbschafts- und Schenkungssteuer, das würde er für sinnvoll erachten. Jetzt achten Sie seine Meinung, warum hören Sie in diesem Fall nicht auf ihn? Ich achte natürlich seine Meinung wie von jedem Menschen. Also ich gehe da dann in Diskussion und ich bin auch nie ein Dogmatiker. Ich sage nur, Sie müssen schon sehen, wir haben eine Erbschaftssteuerleit mit der Grunderwerbssteuer und auch mit der Immobilienertragssteuer. Beide Steuerarten wurden von der SPÖ zuletzt erhöht mit der Steuerreform. Es wurde die Kapitalertragssteuer erhöht, die Sie eingeführt haben in den 90er Jahren, als damals die Vermögenssteuer abgeschafft wurde. Ich sage einfach, solange wir so eine exorbitante Belastung der Bevölkerung insgesamt haben, werden wir zu keiner neuen Steuer Ja sagen, weil der Reflex ist immer, dann sagen Sie, da müssen wir uns eh nicht bemühen auf anderen Ecken. Aber ich will einfach, dass wir viele Sauereien, Herr Kern, in diesem Land abstellen, beispielsweise. Und ich will Sie hier als Verbündeten gewinnen. Da brauche ich einen wie Sie. Zum Beispiel Transparenzdatenbank. Jetzt ist das Ding seit über drei Jahren Gesetz. Und es wird der Nationalrat hier die Volksvertretung verhöhnt von den Landeshauptleuten, die sagen, wir sind nicht bereit, diese Transparenzdatenbank zu befüllen. Um was geht es, Frau Reiterer? Es geht darum, dass die Landesfürsten, deswegen sage ich Fürsten der Finsternis, ihre Förderungen, milliardenschwer, weiter im Dunkeln vornehmen wollen. Weil, Tageslicht ist das beste Desinfektionsmittel, weil sie natürlich unter Tageslichtbedingungen viele Dinge nicht machen könnten. Weil es Doppelförderungen sind, Reiferförderungen von roten, schwarzen, freundes Gleisen. Sie können ja eben direkt... Anfütterung, und das will ich abstellen. Und dieses Geld möchte ich den Menschen zurückgeben. Kann ja nicht falsch sein, oder? Das kann ja nicht falsch sein. Sind Sie einer Meinung mit Ihnen? Wenn es stimmen würde, würde ich Ihnen das voll teilen. Aber wir können eine Sache ganz kurz machen. Was stimmt daran nicht? Ich sage es Ihnen gleich. Eine Sache können wir kurz machen. Wenn es um die Befüllung der Transparenzdatenbank geht, bin ich ein absoluter Verbündeter, auf den Sie da zählen können. Ich finde auch, das ist nicht akzeptabel. Das Gehört erledigt. Und dann hau es auf den Tisch. Sie sind Kanzler dabei. Ja, aber das ist eine Geschichte, wo wir die Gesetzgebung ändern müssen im Parlament. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, da eine stärkere Verpflichtung herbeizuführen. Mein Vorschlag war 50 Euro Pönale für jene, die es nicht machen. Da sind Sie nicht mitgegangen. 50 Euro. 50 Millionen für jede Landeshauptleute. Das ist mehr. Das ist die einzige Sprache, die diese Herrschaft versteht. Aber da haben wir was zu tun, da sind wir uns einig. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir, wenn Sie da mit uns dann gemeinsam an einem Seil ziehen, versuchen, in die richtige Richtung zu bringen. Allemal. Aber es gibt, was die Unterschiede betrifft, sieht man auch sehr gut bei dem Steuerkonzept, das, was der Stolz jetzt erwähnt hat, wenn er sagt, die Kapitalertragssteuer haben wir auf 27,5 Prozent erhöht. Da geht es vor allem auch um die Kapitalertragssteuer für Ausschüttungen von Aktiengesellschaften, Unternehmen, Dividenden. Sie haben vorgeschlagen, dass man das wieder reduziert, wenn ich einen Vorschlag richtig verstanden habe. Und ich sage, nein, das will ich nicht. Weil ich will, dass diese Beiträge ins Budget kommen, um Bildung, Gesundheit und so weiter zu finanzieren. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil was in unserer Welt passiert, ist der Umstand, dass wir im vergangenen Jahr 2016 erlebt haben, dass die Dividenden von Aktiengesellschaften um 30 Prozent gestiegen sind, während die Einkommen in Österreich real nur um 0,5 Prozent gestiegen sind. Und deshalb sage ich, da entsteht so ein Ungleichgewicht, da entsteht so eine Ungleichheit zugunsten von Vermögensbesitzern, dass ich nicht bereit bin, diese Kapitalertragssteuer zu reduzieren. Und deswegen unser Vorschlag, unbedingt, da bin ich dabei. Unser Vorschlag natürlich, Arbeit muss entlastet werden, damit Arbeitsplätze entstehen. Wir hatten unter SPÖ, ÖVP zu Jahresbeginn die höchste Arbeitslosigkeit seit 70 Jahren. Fast eine halbe Million Menschen saßen arbeitslos unter dem Weihnachtsbaum. Das ist eine große Tragödie für viele Familien. Und wir haben den Vorschlag auch unterbreitet, Herr Kern, dass wir sagen, Mitarbeiterbeteiligung viel attraktiver machen. Zum Thema Arbeit. Auch hier bremsen zum Beispiel die Gewerkschaften, die Arbeiterkammer, das verstehe ich nicht. Die Arbeitnehmer sollen doch auch profitieren vom Unternehmenserfolg. Bevor wir zur Arbeit kommen, würde ich jetzt gern zum Thema Wohnen kommen. Herr Kern, Sie haben gestern ein Mietrechtspaket ins Parlament gebracht, das abgelehnt wurde. Sie wollten leistbare Mieten per Gesetz vorschreiben. Ein praktisches Beispiel, das Sie berechnet haben, eine 80 Quadratmeter Wohnung würde dann statt 1.192 Euro 736 Euro kosten im Monat. Warum haben Sie dagegen gestimmt, Herr Strolz? Ich habe dagegen gestimmt, weil es ein hehres Ziel ist, das wir gemeinsam teilen, leistbares Wohnen. Wohnen muss leistbarer sein. Es ist eine Schande, dass ein junges Paar, das miteinander verdient, sich keine Wohnung, kein Eigenheim mehr leisten kann und sich oft sogar schon schwer tut mit Miete. Und dann muss man nach Lösungen suchen. Da bin ich auch dafür. Die Lösung, die hier die SPÖ vorschlägt, die ist eine gesetzliche Preisfestlegung. Das ist das Modell, das praktiziert wurde von DDR, von kommunistischen Staaten. Heute zum Beispiel in Venezuela, in anderen Staaten der Welt. Herr Kern, wenn das so eine gute Idee gewesen wäre, mit dieser Preisfestsetzung durch den Staat, dann wären ja die Läden voll gewesen im Ostblock. Das Problem war, sie waren leer. Wenn man das so macht wie Sie, das klingt toll auf den ersten Blick, wenn man das so macht. Und Sie sind ja selber ein bisschen eine Ahnung, haben Sie ja von Wirtschaft, wenn es auch nur Staatsbetriebe waren. Aber Sie haben schon auch ein bisschen eine Ahnung und Sie wissen es selber besser, behaupte ich. Und greifen halt zurück auf Klassenkampfreflexe. Es wird das Angebot reduziert werden, weil niemand mehr investiert. Und damit treiben Sie den Preis. Und wir haben jetzt schon über 100.000 mehr stehende Wohnungen in Österreich. Ich will, dass die auf den Markt kommen, damit die Preise sinken. Da brauchen wir aber andere Rezepte. Sie sind dagegen. Ich muss jetzt mal eine Zeitbilanz machen. Deshalb eben auch länger Zeit dann für Sie, Herr Kern. Sie haben einen Vorsprung, 7 Minuten 25. Und der Herr Kern 5 Minuten 15. Das heißt jetzt für Sie. Aber eben gleich der Butterpreis ist gestiegen in den letzten 16 Monaten um bis zu 80 Prozent. Warum nicht gesetzliche Höchstpreise für Grundnahrungsmittel? Nein, darf ich vielleicht noch auf einen Punkt eingehen, den der Herr Stolz jetzt ausgeführt hat bei den Mieten, weil das ist wirklich wichtig. Man kann darauf setzen, dass der Markt das regelt. Wir haben zehn Jahre erlebt, dass es der Markt nicht regelt, weil Wohnen ein knappes Gut ist. Die Projekte lange dauern, Genehmigungsfristen haben, man nicht so einfach baut und investiert. Jetzt können wir sagen, das ist uns alles recht. Wir beobachten das und handeln nicht. Aber ich bin nicht in der Politik, um zuzuschauen, sondern ich bin da in der Politik, um die Probleme, die die Leute haben, zu lösen. Und es ist tatsächlich so, in einer Großstadt gibt eine Jungfamilie 40 Prozent des Einkommens dafür aus. Und was wir jetzt erleben ist, dass wir die Renditen für die Zinshausbesitzer, die sind gewaltig in die Höhe gegangen. Alle, die mit Immobilien spekulieren, sind Gewinner. Und die Verlierer sind die Familien, die jungen Leuten, die sich ihre Wohnung suchen und mieten müssen. Und deshalb bin ich der Meinung, bei so einem sensiblen Markt muss man darauf achten, dass man, wenn es falsch läuft, interveniert. Aber das heißt mehr Staat und eben jetzt mit der Butter. Warum dann nicht eben Grundnahrungsmittel, in den 70ern war das beim Brot ja der Fall, warum nicht dort? Also man muss das auch beobachten, ist meine Meinung. Aber ich denke, wir müssen Folgendes aufpassen. Diese Diskussion, entweder Markt oder Staat, die ist völlig von gestern. Weil aus meiner Sicht funktionieren die Veränderungen, die wir gestalten müssen, funktionieren nur dann, wenn wir sagen, ja, Markt, soweit möglich. Und wo das nicht funktioniert, müssen wir aber auch ganz klar sagen, wir tun was. Und einer so ein Beispiel ist, was das für unsere Zukunft bedeutet. Wir haben eine Reihe von Startups nach Österreich gebracht. Und eines meiner Lieblingsbeispiele ist, wir forschen in Österreich daran, dass Krebs zu einer heilbaren Krankheit wird. Da gibt es eine Firma, die heißt Böhringer Ingelheim. Die sind nach Österreich gekommen, bauen jetzt ein Forschungszentrum mit 500 Mitarbeitern, weil sie hier die besten Bedingungen vorfinden. Weil der Staat ihnen garantiert, die attraktivste Forschungsförderung, die bestausgebildetsten Leute und vor allem die Kooperation mit unseren Universitäten und mit unseren Forschungsinstitutionen. Und das ist die moderne Form, das zu denken, zu sagen, okay, wir sind nicht dogmatisch. Ich bin kein Ideologe, mich interessiert die Ideologie nicht. Ich möchte, dass es pragmatisch funktioniert. Ich bin immer nicht mehr so sicher. Und bei den Wohnen, muss ich ganz klar sagen, hat die Praxis gezeigt, es funktioniert nicht und es geht auf dem Rücken der Mieter und Mieterinnen aus. 50 Prozent des Wohnmarktes in Österreich ist sozialer Wohnbau. Das heißt, dazu zu tun, als wäre alles freier Markt. Die Hälfte ist eben nicht freier Markt. Und es ist auch gut so, dass der soziale Wohnbau gefördert wird. Da fordere ich einmal mehr Landeshauptleute und auch hier haben sie nicht zugegriffen entschlossen und ihre roten und schwarzen Landesfürsten nicht angehalten, dass die Wohnbauförderung, wir alle zahlen eine Milliarde Euro an Steueranteilen für die Wohnbauförderung und sie ist nicht zweckgewidmet. Erstens, lassen wir es mal ändern. Zweitens, wir müssen mit dem Mietadel abfahren. Also wir brauchen schon ein neues Mietrecht. Hier haben wir ein Problem, Herr Bundeskanzler. Die SPÖ wohnt in einem Mietobjekt der roten Stadtregierung Wien und sie haben einen Mietvertrag, wo sie 4,72 Euro zahlen pro Quadratmeter. Wenn in der Nachbarwohnung in derselben Lage eine Studentin einzieht oder eine junge Familie, zahlen sie viermal so viel. Fast fünfmal so viel. Mit solchen Dingen müssen wir abfahren. Wir müssen auch abfahren mit den Privilegien in den Wohnbaugenossenschaften. Rot und schwarz durchdekliniert. Die nehmen die besten Filetstücke für sich, haben Monatsgehälter von 30.000 Euro mit unter oder 20.000. Was werden Sie in dieser Frage tun? Solche Dinge müssen wir abschaffen. Also Letzteres stimme ich voll und ganz zu. Wenn es da Beispiele gibt, schauen wir uns die Fall für Fall an und dann intervenieren wir. Sozialbau zum Beispiel? Dann hängen wir die Leute öffentlich raus. Bin ich der Meinung, sollte man nicht tun. Man muss fairerweise allerdings sagen, dass weder der Oppositionschef noch der Bundeskanzler hier einen besonderen Einfluss hat. Gebe ich Ihnen gleich mit, Sozialbau. Das sind, danke. Ihre Kollegen, Genossen. Schicken Sie mir ein E-Mail bitte. Mach ich, aber beim letzten haben Sie ja nicht geantwortet. Sie haben die falsche Adresse gewählt, habe ich festgestellt. Ernsthaft. Aber ich habe auch SMS geschickt. Gut, dass Sie dann, dass Sie einander gegenüber sitzen. Gut, aber der Punkt hier, der Kollege Strolz ist natürlich einer, der natürlich eine sehr bildhafte Sprache hat und jetzt auch schöne Grafiken aufgezeichnet hat. Dieser Mietvertrag aus dem Jahr 1945, dieser Mietvertrag, Sie können gerne eine Hausführung machen, reden Sie mit unserem Geschäftsführer. Für die SPÖ haben dieselben Regeln zu gelten, wie für alle, die solche Mietverträge gemacht haben. Punkt eins. Punkt zwei, das ist natürlich ein Ablenkungsmanöver. Also Frage des Anstands, nicht des Rechts. Weil gestern im Parlament, für die Familie, die der Herr Strolz so wortreich beschreibt, hätte er gestern einen echten Durchbruch schaffen können, eine echte Verbesserung. Und da waren die Neos nicht dabei. Und heute zeigt der Mentalfall, okay, müssen wir uns darum kümmern, ist so. Aber das eigentliche Problem für die Mieter lösen wir so nicht. Beim Thema Wohnen kommen Sie nicht zueinander. Kommen wir zum Thema Arbeit. Arbeitszeitflexibilisierung, Herr Kern. Nach einer Market-Umfrage sind 87 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, der Meinung, heute ist mehr Flexibilität nötig als früher. Was spricht denn dagegen, das auf Betriebsvereinbarungsebene zu lösen? Naja, auf Betriebsvereinbarungsebene der Punkt ist, was Sie da zitieren, die Zahl kenne ich auch, eine Million Menschen wollen andere Arbeitszeiten. Die wollen sie nur nicht so, wie sie ihnen die Industrie vorgeben möchte, nämlich mit einem 12-Stunden-Tag, wo möglicherweise dann auch noch die Überstundenzuschläge weg sind. Das sind eineinhalb Milliarden Euro, die, über die wir da reden, die die Menschen an Einkommensentfall hätten. Und das zweite Thema, was wir haben, ist, wenn wir uns anschauen, was die Lebensrealitäten der Menschen sind. Und ich habe dieses Beispiel tatsächlich zufällig vor 14 Tagen frage ich zwei Gärtnerinnen in einem Park in Wien, wo sie herkommen, was sie machen, wie viel sie verdienen. Und das waren zwei Damen, die sind aus dem Südburgenland. Die sind jeden Tag um vier Uhr in der Früh läutet bei denen der Wecker. Dann pendeln die nach Wien rein, die arbeiten und danach fahren sie wieder raus. Das Ganze für 1600 Euro im Monat. Die haben Kinder, Kinderbetreuungsnotwendigkeiten. Und wenn wir denen jetzt sagen, meine liebe Leute, ihr bleibt es morgen oder übermorgen, einfach ein bisschen länger, dann funktioniert das einfach nicht. Und deshalb bin ich der Meinung, wenn wir über Flexibilisierung reden, brauchen wir intelligente Modelle, Homeoffice-Konzepte und Ähnliches, aber kein Diktat von der Industrie oder der Wirtschaft gegenüber den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Nein, kein Diktat, das ist mir auch wichtig, sondern das ist ganz vielfach der Wunsch auch der Arbeitnehmer. Und hier eine Einladung, ich war zwölf Jahre lang Unternehmer. Ich habe es gerade zitiert. Und da gibt es natürlich auch viele Menschen, wie eine Bekannte von mir ist alleinerziehend, hat ein Kind und die sagt, ja, manchmal passt meine Schwiegermutter auf das Kind auf, obwohl wir geschieden sind. Und es gibt Tage, an denen würde ich gern ein Projekt bis 21 Uhr am Abend fertig machen, dann habe ich am nächsten Tag frei. Mit meinem Chef machen wir das schon aus, mit meiner Chefin sagen die Leute, und ich mache das einfach und am nächsten Tag mache ich Sport, den Ausflug, mache mit meinem Kind was. Und sie darf das auf der Basis des heutigen Gesetzes nicht. Und die Menschen verstehen das nicht, warum der Gesetzgeber hier so in ihr Leben eingreift. Faktum ist doch, dass am Ende des Monats in wahrscheinlich der Hälfte der Klein- und Mittelbetriebe in Österreich, Industriebetriebe brauchen andere Lösungen, bin ich schon bei Ihnen, aber auch dort ist eine Flexibilisierung notwendig. Die Hälfte der Betriebe in Österreich frisieren am Monatsende gemeinsam die Stunden. Die Angestellten und die Führungskräfte kommen zusammen und sagen, wie tun wir, damit wir nicht mit einem Bein im Kriminal stehen. Das ist für beide Seiten unangenehm. Aber haben Sie eigentlich dafür Belege, weil das ist ja schon ein sehr großer Vorwurf an die Unternehmen, wenn Sie sagen, dass Sie ständig Dienstpläne manipulieren. Ja, ich war zwölfjähriger Unternehmer und bei uns war es auch so. Wir hatten ein modernes Arbeitszeitkonzept, nämlich Vertrauensarbeitszeit. Ich habe nie gefragt, wann kommt ihr und wann geht ihr. Das haben bei uns die Leute selbst eingeteilt. Sie wollten doch einmal das Start-up-Kanzler sein. Aber Herr Strolz, das ist ja ganz was anderes. Über das reden wir ja nicht. Wenn Sie mit Vertrauensarbeitszeiten operieren. Ach doch, sind die Gleitzeiten, ist nicht möglich, dass man das nicht... Ja, da kann man viel machen. Da kann man viel machen, als gar keine Frage. Aber ich bin dagegen, dass wir immer nur sozusagen einseitige Regelungen treffen. Was wäre jetzt der Unterschied zwischen Vertrauensarbeitszeit und Arbeitszeitflexibilisierung? Dass die Arbeitnehmer da wirklich eine Selbstbestimmung hätten bei so einem Konzept. Ich bin ja kein Klassenkämpfer, das ist Ihr rechten Leben. Da darf ich nur auf einen Punkt hinweisen. Und das wird oft einmal dann ignoriert. Gestern haben die Kollektivvertragsverhandlungen zu dem Metallamt begonnen. Die haben ein wirklich gutes Arbeitszeitflexibilisierungsmodell. Die haben ein richtig gutes. Das sind einige gute Dinge drin. Wie ist das entstanden? Unternehmen sind da gesessen, Arbeitnehmer sind da gesessen. Die haben sich dann geeinigt. Das ist der österreichische Weg. So möchte ich das. Und wenn Sie sich anschauen, was die Bauarbeiter haben. Die Bauarbeiterurlaubskasse. Jedes Mal, wenn ich den Innungsmeister, den Herrn Frömmel treffe, den Gewerkschaftschef, die sind die engsten Buddies. Und alle miteinander sind zufrieden. Weil die haben es geschafft, eine Flexibilisierung hinzukriegen, wo auch die Arbeitnehmer was davon haben. Und wenn wir das erreichen, können wir über sowas gerne reden. Ich war in einem Industriebetrieb in Oberösterreich zum Beispiel. Und da sagt mir der Chef, auch die Mitarbeiter haben wir nachher geschrieben, eine Mitarbeiterin. Zum Beispiel, die haben viele Leute, die auf Montage sind. Die fahren oft vier Stunden an in einen Teil Österreichs, haben die Familie zu Hause und um halb sechs kommt das E-Mail, jetzt den Schraubenzieher fallen lassen, sonst sind wir im Kriminal. Die greifen sich am Kopf, die fragen, wer hat solche Regeln erfunden, die gegen das echte Leben sind. Die wollen doch, wenn sie weg sind von der Familie, nicht am halb sechs aufhören müssen, sondern die sind vier Stunden angefahren, die wollen das bis acht Uhr machen. Dafür haben sie dann am Freitag frei beispielsweise. Solche Dinge will ich ermöglichen für die Wirtschaft. Und da gibt es doch keine Verlierer, da gibt es nur Gewinner. Also ich bin mir einig, wenn wir Lösungen haben, wo alle zufrieden sind, sind wir dabei. Aber das Problem ist ja, ihre Alleinzieherin ist ja nicht typisch. Weil die Arbeitsrealitäten in Österreich von Supermarktkassiererinnen, von Verkäuferinnen, von Bürokräften sind ja oft einmal ganz andere. Die 40-Stunden-Woche wird nicht angetastet, die 38-Stunden-Woche. Die will niemand antasten. Ich glaube, wir einigen uns auf das Prinzip, wir brauchen hier eine Veränderung, da sind wir uns beide einig. Die nächste Regierung muss da ran, ganz klar. Aber sie muss sozial verträglich sein und nicht auf dem Rücken der Arbeit nehmen. Absolut. Wo die nächste Regierung ran muss, wenn sie drinnen sitzen, ist beim Thema Pensionen. Sie haben gesagt, es muss eine Pensionsreform her, das wäre eine Koalitionsbedingung, 5 Milliarden würde die bringen. Und ein Punkt aus Ihrem Programm lautet eben, das Pensionsantrittsalter der Frauen sofort anzugleichen. Und Sie argumentieren das mit Diskriminierung, inwiefern? Ja, natürlich. Es ist ja so, dass heute die Frauen eine eklatante, niedrere Pension haben im Vergleich zu den Männern. Die haben ein paar hundert Euro weniger an Pension. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass sie die besten Jahre verlieren. Früher hat man bei der Berechnung der Pension die besten Jahre insgesamt genommen. Die Durchrechnung anders berechnet, Entschuldigung. Und natürlich wird am Schluss, die Lebensverdienstkurve geht hinauf. Das heißt, wenn wir die Frauen am Arbeitsmarkt jetzt mit 50 de facto schon alt machen, ich kenne Personalschiffs, die offen zugeben, unter vier Augen, wir investieren nicht mehr in 50-jährige Frauen, weil die gehen demnächst in Pension. Ich halte das für grundfalsch. Das ist mit ein Grund, warum die niedreren Pensionen da sind. Und ich bin sehr dafür, dass wir zum Beispiel die Familienarbeit viel entschlossener auf Männer und Frauen aufteilen. Das sind Island zum Beispiel, das sind große Vorbilder. Aber bleiben wir bei diesem Pensionsantrittsalter. Das ist für mich nicht die Begründung, dass die Frauen, weil manche sagen, ja, die haben ja die Kinder. Nein, das wollen wir uns besser aufteilen. Gleiche Ansprüche für Karenz, da gibt es Vorschläge von den Neos. Und dann leben die Frauen fünf Jahre länger als die Männer und dann sehe ich nicht ein, warum wir sie eben früher alt machen, aber Arbeitsmarkt und sie dafür mit niederen Pensionen in diese letzte Phase dann auch schicken. Jetzt gibt es immer unterschiedliche Berechnungen, Herr Kern. Aber wenn die Menschen ein Jahr später in Pension gehen, sagt man, dass es ungefähr eine Milliarde Euro bringt. Also mehr als jede Vermögens- oder Erbschaftssteuer. Also warum nicht? Pardon, ich habe jetzt der Herr Stolz etwas abgelenkt. Sie entschuldigen. Es gibt Berechnungen auf und ab, wenn die Österreicher ein Jahr, Österreicherinnen, ein Jahr später in Pension gehen, dass das eine Milliarde ungefähr bringen würde. Mehr als jede Vermögens- und Erbschaftssteuer, die Sie ansetzen mit ungefähr 500 Millionen. Also warum nicht? Also ich muss dazu sagen, was ich Herrn Stolz seinen Konzept schätze, ist, dass er die Karten auf den Tisch gelegt hat. Andere haben riesige Steuereinsparungen, keine Gegenfinanzierungsvorschläge. Die Neos haben das gemacht. Bei den Pensionen schlagen die Kollegen vor, 5 Milliarden zu reduzieren. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Und ich kann Ihnen nur noch sagen, warum. Weil die Lebensrealität in Österreich ist heute, dass die Hälfte unserer Pensionisten weniger als 950 Euro bekommt. Das heißt, die leben nicht ins Haus und Braus. Würden wir nicht kürzen. Würden wir nicht kürzen. Da geht es nicht um römische Dekredenz. Wenn wir uns anschauen, was im Pensionssystem passiert ist, ist, wir haben eine permanente Verunsicherung und sagen den Leuten, es muss Kürzen geben, du musst länger arbeiten und so weiter. Wenn du jetzt mit einer Pflegerin sprichst, die heute 50 ist und der sagt, du musst leider noch 15 Jahre arbeiten und nicht die 10, die versprochen sind, dann ist das in Wahrheit für diese Leute nicht machbar. Weil die sind am Ende ihrer Berufskarriere wirklich fertig. Und was wir dann erlebt haben, gerade bei den Frauen ist ja, wir können jetzt sagen, wir teilen das alles schön auf. Nur was ist die Lebensrealität in Österreich? Wenn es um die Pflege in der Familie geht, wenn es um die Kindererziehung geht. Wir haben noch einen wirklich weiten Weg, bis Frauen gleichberechtigt sind. Und dann passiert Folgendes, dass Frauen in Österreich 20 Prozent weniger verdienen für gleiche Arbeit als Männer. Und solange diese Ungerechtigkeiten nicht erledigt sind, macht das keinen Sinn, über das nachzudenken. Weil Sie haben die Diskussion in Deutschland verlegt. Also Sie würden das auch belassen, wie es jetzt geplant ist, bis 2033, wenn sie wieder in einer Regierung sind. Absolut. Das ist zügiger zu machen, auch im Sinne der Frauen. Das ist ganz wichtig. Es ist aber nicht das größte Problem im Pensionssystem. Das größte Problem ist, dass die Generation der unter 40-Jährigen völlig außen vor gelassen wird. In einer Art von Verantwortungslosigkeit, die aus meiner Sicht, Herr Kern, atemberaubend ist. Ihr Mantra ist, die Pensionen sind sicher, wir wissen, dass die eben ungefähr 30 Prozent weniger auserkriegen, als die Väter. Wenn wir heute den Pensionisten sagen würden, du bekommst 30 Prozent weniger, würden die zu Recht sagen, bist du verrückt, du stößt mich in Altersarmut. Und deswegen würden wir die kleinen Pensionen natürlich weiter Höhenwert anpassen. Aber wir müssen darüber reden, Herr Kern, dass wir unter 40-Jährige massenhaft in die Altersarmut entlassen, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Wir müssen jetzt gegensteuern. Und da will ich über die zweite Säule reden. Zweite Säule, also Betriebspensionen, dritte Säule, eigene Vorsorge. Wissen Sie, wer hier blockiert? Da springt dann meistens irgendein Gewerkschafter auf im Parlament und sagt, das ist böse und so weiter. Zweite Säule ist böse, das ist Kapitalmarkt und so weiter. Und dann recherchieren wir Neos, parlamentarische Anfragen. Und was finden wir raus? Wer hat die fettesten zweiten Säulen in Österreich? Die Arbeiterkammer, die Wirtschaftskammer, also all jene, die Zwangsbeiträge einheben und im Parlament mit ihren Funktionären drüber schilfen. in Anlehnung an Herrn Schellhorn? Das ist eine Doppelwürdigkeit. Das ist unglaublich. Und mit der müssen wir abfahren. Mit der müssen wir entschlossen abfahren. In Anlehnung an den Herrn Schellhorn, sind Sie auf die Welt gekommen, um die Zwangsmitgliedschaft zu zerstören? Die gehört natürlich weg. Und auch die ganzen Pensionsprivilegien müssen wir entschlossen beschneiden. Das hat Neos auch zustande gebracht. Aber nur ein kleiner Schritt als 5-Prozent-Partei. Wir müssen einen größeren Schritt geben. Deswegen muss Neos wachsen. Und dann noch ein Punkt, Wienholding, 15.000 Menschen. Gut, das sind jetzt viele Punkte. Lassen wir mal. Das sind jetzt... 100 Prozent. Mit so den Dingen müssen wir abfahren. Das ist alles Ihr Rotes Reich. Herr Strolz, der Punkt ist, da glaube ich jener, wo wir aufpassen müssen. Wenn man 5 Milliarden kürzen will im Pensionssystem, dann funktioniert... Das ist wohl umbauendes System, nicht kürzen. Ja, umbauendes System. Ich höre das Wort wohl, mir fehlt ein bisschen der Glaube, weil ich die Zahlen in der Tat sehr, sehr gut kenne. Und die Situation, die wir haben, ist, in Deutschland gibt es eine ähnliche Diskussion. Wenn eine deutsche Frau in Pension geht, dann bekommt sie heute 600 Euro. 600 Euro. In Österreich sind es 1.200 mit dem System, das wir heute haben. Und das ist gut so, weil wenn eine Frau in Deutschland heute in Pension geht, dann ist sie entweder in der Altersarmut oder sie ist von ihrem Mann abhängig. Und ich sage Ihnen, ich möchte beides nicht in Österreich haben. Einverstanden. Und jetzt müssen wir eine präzise Analyse machen und uns genau anschauen, was die Zahlen sind. Weil da wird permanent eine massive Verunsicherung betrieben. Und was wir erreicht haben, ist, wir haben heuer 600 Millionen Euro weniger für Pensionen werden wir ausgeben, als wir am Anfang des Jahres noch gedacht haben. Ja, weil die Bank Austria einmal Zahlungen der Bank Austria ist über die ganze Periode sogar 4 Milliarden Euro. So, das sind, nein, nein, Entschuldigung, wir reden über Zahlen. Wir reden über Zahlen. Das sind 4 Milliarden. Aber der Punkt bei der ganzen Geschichte ist, und das ist auch spannend, es wird den Leuten immer eingeredet, das Pensionssystem bricht unter der Last der Pensionisten zusammen. Und das ist Angstmache. Weil wenn wir uns anschauen, wie viele Pensionisten ein Aktiver erhalten muss, dann ist es heute so, dass wir so gut sind wie das letzte Mal vor 20 Jahren. Und wissen Sie, was der Punkt ist? Das ist nicht Hokus-Pokus. Das ist kein Zaubertrick. Das ist wirtschaftlicher Erfolg. Und deshalb müssen wir in den wirtschaftlichen Erfolg investieren. Das Wirtschaftswachstum, das wir erreicht haben, geht massiv nach oben. Wir haben einen echten Aufschwung zu Wege gebracht. Die Beschäftigung ist auf Rekordniveau. Die Arbeitslosigkeit sinkt. Und das ist der Grund, warum wir mehr Beitragszahler haben, mehr Geld ins System kommt und wir so unser System absichern müssen. Aber nicht mit deutschen Verhältnissen. Eine Idee, Herr Strolz, die Sie auch haben, von Pensionen, ist die Pensionsautomatik. Da berechnet dann nicht mehr das Parlament oder die Politik vielmehr eben die Höhe und so weiter, sondern eine Maschine. Was hätte das für einen Vorteil? Was ist der Vorteil? Das ist das schwedische Modell. Und wir waren in Schweden, haben uns das angeschaut. Wir haben die Schweden auch nach Österreich geholt, haben die Sozialpartner eingeladen, alle Parteien im Parlament. Was ist die Idee? In Schweden bekommst du jedes Jahr ein oranges Kuvert. Jeder schwedische Bürger, jede Bürgerin, das steht drin. Du kannst ab 61 in Pension gehen, regulär. Du entscheidest, wenn du mit 61 gehst, bekommst du so viel raus, mit 65 so viel, das ist das Referenzpensionsalter, das wir derzeit vorschlagen für Österreich. Und wenn sie länger bleiben, bekommst du mehr. So, jetzt gibt es tatsächlich Leute, und wir sind immer Freunde der Freiheit, jetzt gibt es Paare, die sagen so, die Kinder sind draußen, die Wohnung ist abgezahlt, wir machen am liebsten Urlaub auf Balkonien, wir brauchen nicht viel, Fischen ist unser Lieblingshobby, wir gehen früher und wir nehmen die Abschläge in Kauf. Ja, hurra, die Gams, dann soll der Staat doch das akzeptieren. Und dann gibt es jene. Und ich will ein neues Arbeitsverständnis propagieren in diesem Land. Arbeit ist nicht die elendste Mühsal des Lebens. Im Idealfall ist sie auch erfüllend. In Schweden arbeiten über 15 Prozent jenseits der 65 Jahre. Ich war beim schwedischen Botschafter, habe gefragt, müssen die das fürs Geld? Sagt er, solche wird es auch geben, nach seiner Einschätzung, die absolut überwiegende Mehrheit will nach 65 arbeiten. Meistens nicht mehr 100 Prozent, deswegen schlägt NEOS auch vor, eine Teilpension, machen wir es flexibler. Macht auch keinen Sinn, dass die Leute hacklen bis zum Umfallen, Herzinfarkt, dann kommt die Erlösung Pension. Bleiben wir bei der Pensionsautomatik. Gleitender Übergang. Neue Arbeitswelten. Die Pensionen wären dann nicht mehr Spielball der Politik, wäre das nicht eine reizvolle Idee? Das wäre ein Segen. Das wäre ein Segen. Also Spielball der Politik ist gut. Wir schützen die Interessen derer, die ein Leben lang gearbeitet haben und die das Recht haben, in Würde und Respekt ihr Lebensamt zu verbringen. Das ist das, worum es mir geht. Da reden wir nicht nur um Einkommen. Aber es ist Wahlkampfthema. Nein, wir reden da nicht nur über Einkommen, sondern wir reden über Respekt vor der Lebensleistung. Und ich habe Ihnen die Zahlen genannt. Wir könnten das noch länger durchdeklinieren. Ich kann Ihnen noch viel mehr davon liefern, worum ich überzeugt bin, dass das in Ordnung ist und das System nachhaltig funktioniert. Sogar die kritische Pensionsreformkommission sagt uns, die Zuschüsse werden stabil bleiben, gemessen am BIP über die nächsten 20 Jahre. Aber Pensionsautomatik, nein. Nein, und zwar deshalb nicht. Weil ich bin ja auch der Meinung, dass Arbeit sozusagen eine Zierde ist und wesentlicher Teil des Menschseins und etwas Positives, wenn man so will. So, nur die Lebensrealitäten, die wir beide haben, mit unseren Jobs, sind nicht die Lebensrealitäten, die ein Bauarbeiter hat, die ein Busfahrer hat, die eine Krankenpflegerin hat oder ein Kellner hat. Und wenn wir diesen Leuten, weil Automatik, übersetzen wir es doch, was es heißt. Es heißt, und das ist ja wie bei den Schweden passiert, wenn wir das zum Beispiel vor zehn Jahren eingeführt hätten, hätten wir jetzt schon das Pensionsalter von 67 und das geht dann jedes Jahr rauf. Und meine Strategie ist, sichern wir den wirtschaftlichen Erfolg, dafür sind wir da und dann bin ich auch als Kanzler dafür verantwortlich, dass die soziale Sicherheit im Land gewährleistet ist. Und was sagen Sie der unter 40-Jährigen? Minus 30 Prozent? Das versteht ja jede... Das, was ich gerade gesagt habe. Ja, aber minus 30 Prozent, die werden davon nicht leben können. Das ist Massenarmut. Zweite Seile, wann reden wir drüber? Warum wird das ideologisch gebrannt, Dritte Seile, wann reden wir drüber? Ich verstehe es nicht, warum Sie diese Themen wegdrücken. Sie nehmen Pensionsthemen immer als Wahlkampfgeg. Der eine, dass Sie das vorgängig haben, einen Brief geschrieben und so weiter und der andere macht halt jetzt einen Pensionshunderter, den Sie zu Jahresbeginn gemeinsam mit der ÖVP verteilt haben. Bitte, auch den 30.000 Euro-Pensionisten, die das 14 Mal im Jahr bekommen, haben Kern und Kurz ein Hunderter eingesteckt. Darf ich das kurz machen? Ja, geht's euch noch? Das ist doch ein Wahnsinn, das versteht doch keiner. Darf ich das kurz machen? Und der jungen Leute, da haben wir nämlich wieder eine Einigkeit. Sie haben da sozusagen dieses Proport-Schattenreich der Großen Koalition beschrieben, bei diesen Pensionsprivilegien. Ich bin der Meinung, Sie haben völlig recht, ich möchte das auch nicht haben. Die SPÖ hat lange gebraucht, bis sie sich dazu hingefunden hat. Wir haben das jetzt beschlossen und ich möchte klarstellen, dass diese Pensionen, von denen Sie gesprochen haben, der Vergangenheit angehören müssen. Die, die es haben, da wollen wir die Pensionssicherungsbeiträge verdoppeln. Das ist signifikant, richtig signifikant. Und ich bin auch der Meinung, das sollte man nicht zuschauen, weil es ist so, wie Sie sagen. Wir haben eineinhalb Millionen Leute in Österreich, die Teilzeit arbeiten zum Beispiel, EPUs, die nicht auf die Beitragshöhen kommen und eines Tages das Risiko in Alters haben. Sie haben zugeschaut, die SPÖ. Nein, nein, aber ich liebe es jetzt. Aber Herr Strolz, ich bin jetzt verantwortlich und wir haben gesagt, wir ändern das, das bitte ich Sie zu respektieren. Und da würde ich mich freuen, wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen. Ich notiere das mit. Ich finde, das ist inakzeptabel, dass wir eineinhalb Millionen Leute haben, die nicht wissen, wo sie bleiben werden und andere die voll zu sagen. Aber dafür braucht es Neos. Die brauchen so einen Stachel in ihrem trägen Sitzfleisch, sonst bewegen sich die Herrschaften des Alters. Den Stachel, den Hauptstachel, den Sie haben, haben Sie beim Thema... Jetzt den Kern als SPÖ-Vorsitzenden. Den Stachel, den Sie haben vor allem beim Thema Bildung. Ich wünsche alles Gute dabei. Aber ich kann Ihnen beim Thema Bildung Herr Strolz. Wir können ja das tauschen. Und Herr Kern, im Studio sitzen Schüler und Schülerinnen aus Stockerau und Burkersdorf. Die meisten von Ihnen, ich habe vorher gefragt, wollen studieren. Jetzt ist die Geschichte der Studiengebühren, Herr Kern. Ist ein Auf und Ab in der SPÖ oder besser gesagt ein Ja und Nein oder Nein? Jetzt steht im Plan A, freier Hochschulzugang, keine Studiengebühren. Werden Sie dieses Wahlversprechen wenn Sie in einer Koalition sind, halten? Ja, ich war nie für Studiengebühren, weil ich kann Ihnen noch sagen, Die SPÖ, es geht ja... Auch der Herr Gusenbauer war 2006 für Studiengebühren und hat dann 2007 bei den Koalitionsverhandlungen Ja gesagt. Ja, aber pardon, was in meiner Vor-Vorgängerzeit war, das ist jetzt schwer zu diskutieren, aber ich kann Ihnen sagen, warum ich gegen Studiengebühren bin. Weil ich persönlich würde heute nicht hier sitzen, wenn es Studiengebühren gegeben hätte. Meine Familie hätte es sich nicht leisten können, zu studieren. Und deshalb bin ich der Meinung, wir müssen die Dotierung unserer Hochschulen verbessern. Da haben wir Probleme. Wir müssen zumindest drei Unis unter die Top 100 bringen, der Welt, das ist das Ziel. Weil ich will, dass unsere jungen Leute auf den besten Universitäten der Welt studieren können, und zwar in Österreich und nicht nach Amerika gehen müssen. Und das müssen wir entsprechend finanzieren. Sie haben die Idee mit den nachgelagerten Studiengebühren. Das heißt, das ist so eine Art zinsfreier Kredit, den man dann zurückzahlen sollte, je nach Gehalt, was man dann danach verdient. Schuldig geblieben sind Sie nur, ab welcher Höhe des Gehalts sollte man das dann zurückzahlen? Mein Vorschlag ist, dass wir sagen, wenn jemand über dem Durchschnittseinkommen ist, dann soll er hier in Raten zurückzahlen. Das wäre jetzt für die Schülerinnen und Schüler, die wollen das nämlich wissen, was das für... Ja, also brutto netto, also ungefähr 3.000 Euro brutto, wenn jemand da drüber kommt. Und wie lange? Ja, bis sie abgezahlt sind, die Studiengebühren. Die sollen nicht prohibitiv, also die sollen nicht hoch sein, wie in den USA, sondern wie wir es gehabt haben, irgendwo zwischen 500.000 Euro, die Uni soll das selber festlegen in Autonomie. Was, 500.000 Euro Studiengebühren? 500 oder 1.000 Euro, nicht erschrecken. Also alle, die jetzt vom Sessel fallen. Deswegen frage ich ja nach. Zwischen 500 und 1.000 Euro, die Uni soll es selbst festlegen. Mir geht es auch darum, mehr Ernsthaftigkeit im Studium, das ist ein Nebeneffekt. Wir haben in Österreich den Umstand, dass nirgendwo so lang studiert wird wie in unserem Land. Wir haben aber auch den Umstand, dass nirgendwo, und das ist eine echte Schande, so viele junge Menschen am Boden sitzen und wir haben viele Ungerechtigkeiten im System. In manchen Bundesländern zahlst du für den Kindergarten sogar, wenn du am Nachmittag nach 13 Uhr deine Kinder in den Kindergarten bringst. Ich finde es unfair, dass die Meisterprüfung zu bezahlen ist, aber das Studium frei ist. Also diese Ungerechtigkeiten müssen wir beseitigen. Meisterprüfungen für Lehrlinge auch frei, Kindergarten frei, da fangen wir an. Und ja, bei den Universitäten nachgelagerte Studiengebühren, wir teilen allerdings ein Ziel, Herr Kern, und das sage ich als Bergbauernpupp, der auch nicht studiert hätte ohne Stipendium, es darf keine Hürde, keine soziale Hürde geben Richtung Universitäten. Es muss jedem offen stehen in Österreich und jeder, die diesen Weg gehen will. Zum Thema Regierung. Die Irmgard Gries findet eine Dreier-Koalition mit Schwarzen und Grünen reizvoll, auch den Posten als Justizministerin. Eine Koalition mit der SPÖ reizt sie gar nicht? Mit der SPÖ? Ja. Was heißt reizen? Das ist ja keine Frage von Reiz oder sonst was. Ich sage es nur, weil Irmgard Gries das Wort so verwendet hat. Wir haben immer gesagt, NEOS will noch stärker in die Wirkung kommen. Ich will, dass unsere Pläne für die Menschen, für das Land stärker in die Umsetzung kommen. Eine Bildungswende, dass im Bildungsbereich die Wirkung... Das haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde fast gehört, was Sie alles wollen. Und jetzt, wie machen wir es? Aber wäre auch eine Koalition mit der SPÖ denkbar? Ich kann mir auch verstehen, dass wir durchaus das eine oder andere gemeinsam umsetzen können. Wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten, die fehlen, muss man auch sagen, Gegensätze. Und vor allem geht es sich rechnerisch nicht aus. So wie es ausschaut, ist hier der Herr Kurz Richtung Kanzler unterwegs. Warum soll man solche Rechenbeispiele jetzt anstellen? Ist das Vertrauen jetzt eigentlich gestiegen nach dieser Dreiviertelstunde? Ja, ich habe immer gefunden, der Herr Kern ist kein unangenehmer Zeitgenosse. Aber ich habe am Anfang... Er kann es nicht lassen. Ein bisschen... Naja, Sie waren am Anfang eine größere Hoffnung als jetzt. Das muss man schon so sagen. Und der Plan A ist halt vor allem jetzt ein Plan Ablöse durch DOSGO-Ziel. Das muss man auch sagen. Herr Kern, im Frühjahr hat Ihr Geschäftsführer Georg Niedermühl-Bicher gesagt, die Wunschvariante wäre eigentlich eine Dreier-Koalition, SPÖ, Grün, Neo. Sehen Sie das noch immer so? Von Ihnen hat man das so gar nicht gehört? Ja, aus meiner Sicht ist es so, dass ich in die Politik gegangen bin vor 15 Monaten, weil ich das Land verändern möchte. Und dafür suchen wir Bündnispartner. Und was wir mit dem Plan A vorgelegt haben, ist etwas, wo ich davon überzeugt bin, dass es ein Konzept ist, Österreich erfolgreicher nicht für die nächsten zwei, drei Jahre zu machen, so wie wir das jetzt bereits getan haben, sondern für die nächsten zehn, zwanzig, dreißig Jahre. Das ist mir wichtig. Da gibt es Anknüpfungspunkte mit den NEOS, auch im Bildungssystem, denke ich, viele. Da gibt es Unterschiede. Oft gibt es da interessante Vorschläge, die ich dann immer genau durchlese, schaue, ob wir das übernehmen können. Umgekehrt ist es wahrscheinlich auch so, zum Beispiel auch ein großer Anhänger, dass wir die Lehrausbildung massiv aufwerten, da mehr Geld rein investieren. Ist das Vertrauen gestiegen jetzt nach der Dreiviertelstunde? Am Ende, fürchte ich, wird es nicht nur um das Vertrauen gehen, sondern auch um die Frage, was sind die politischen Gemeinsamkeiten? Und die politischen Ansätze unterscheiden sich doch sehr, weil unser Verständnis ist, wir wollen Politik machen, die den 95 Prozent, die Arbeiten gehen und so weiter, ihre Beiträge leisten, Kinder großziehen. Was bringen die politischen Gemeinsamkeiten, ohne die politische Währung, Vertrauen? Vielen Dank Ihnen beiden. Ich habe es, glaube ich, geschafft, dass Sie fast gleich auf sind. Matthias Strolz, 18 Minuten 31, Herr Kern, 18 Minuten 35. Ich danke Ihnen. Danke an Sie zu Hause für Ihr Vertrauen, dass Sie bei der ORF-Wahlkonfrontation SPÖ gegen NEOS dabei waren. Gleich im Anschluss sehen Sie eine Analyse zu unserer Sendung auf ORF 3 unter der Leitung von Peter Bellinger in der ZIB 2 dann ein Faktencheck und die Analyse von Peter Filzmeier live bei Lou Lorenz Dietlbacher und hier auf ORF 2 sehen Sie anschließend die Sendung Schauplatz Thema Wohnen. Kommende Woche gibt es gleich drei Konfrontationen, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Auf Wiedersehen. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020